Sind die Schönmann. Das gute Aussehen von Model-Mama Cindy Crawford hat ganz offensichtlich auf ihre beiden Kinder Keia und Presley abgefärbt. Zum ersten Mal dreht die Familie gemeinsam einen Werbespot für Mineralwasser. Gestern Abend, als Mama nach Hause kam, erzählte sie uns von diesem Werbespot. Und sie sagte, sie würde mit Fake Kids, also fremden Kindern, drehen. Das geht gar nicht. Wir sind doch deine Kinder und wir wollen in diesen Werbefilmen. Fast zu schön, um wahr zu sein, diese vier. Die schrecklich hübsche Familie Crawford, unsere Lieblinge des Tages.